Welches ist das seltenste Mob von Minecraft? Falls euch das Video gefällt, lasst doch gerne ein Like und ein Abo da. Das würde mich auf jeden Fall sehr freuen, denn ich wette, ihr werdet damit nicht rechnen. Ihr wisst ja, es gibt Strider und manchmal kommt es hervor, dass ein Strider auf einen anderen Strider spawnt. Das ist eine Chance von 1 zu 10. Aber wusstet ihr, dass dies in manchen Versionen bis uns endliche ging? Und zwar war es so, dass nicht nur zwei Strider aufeinander spawnen konnten, sondern unendlich viele. Bei drei waren es dann halt 1 zu 100, bei vier waren es dann 1 zu 1000 und so weiter und so fort. Und das macht das Ganze zum seltensten Mob von Minecraft, da es quasi gar kein Ende gibt. Das ist ein neues Roll.